Zieht dem Bayern die Lederhosen aus, die Lederhosen aus, die Lederhosen aus. Zieht dem Bayern die Lederhosen aus, die Lederhosen aus, die Lederhosen aus. Ich fände jetzt aber den gleichen Anteil wie die Spieler. Das ist die Zusammenarbeit, das ist eine Symbiose, weil eigentlich ist es gar nicht heute. Und letztes Jahr, wo wir aufgestiegen sind, sondern entscheidende Momente waren da, wo wir abgestiegen sind. Und da waren alle da und haben nicht unterstützt. Wie gesagt, vor zwei Jahren waren wir so ein bisschen am Abwunten abgestiegen. Jetzt geht eine Welt unter und dann sieht man, was die Gemeinschaft bewirken kann. Jetzt sind wir aufgestiegen. Direkt im Anschluss, wir haben noch ein reines Spieltag auf Platz 6. Ich glaube, das ist eine einzigartige Geschichte und ich freue mich, dass ich da teilen wird. Wir freuen uns auf, dass die Treibung nicht gut sind. Jetzt ist das schön. Eins, drei, drei. Hoi! 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 Vielen Dank.